Unsere Glenmory-Rundreise geht weiter und wir sind mittlerweile beim 18-Jährigen angekommen. First Fill American Oak, nicht kühl gefiltert und mit krummen 47,2 Volumenprozenten. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Jetzt hatte ich von Glenmory schon drei 12-Jährige, drei 15-Jährige und ja, vielleicht enttäusche ich euch, ich habe nur einen 18-Jährigen. Aber auch er wieder mit mehr Volumenprozenten abgefüllt, 47,2. Wie sie darauf kommen, es wird auf der Flasche nicht erklärt. Ich finde es ja ganz schön. Runterverdünnen könnte man immer oder ein paar Tropfen Wasser dran tun. Mal schauen, wie ich das gleich handhabe. Wir sind jetzt wieder irgendwie von der Machart her eher bei den 12-Jährigen. Die waren ja auch Experten. Hier habe ich ja First Fill Angabe. Wie war das denn bei den 12-Jährigen? Ich blende es euch ein. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, die Reiseabfüllung hatte First Fill und die andere, da war es nicht angegeben. Irgendwie so. Gut, sprich den 15er muss ich so ein wenig ausblenden. Der hatte ja einen Sherry-Anteil, beziehungsweise die drei 15-Jährigen, die ich hatte. Und ich habe da vorne den 12-Jährigen mit 40 Volumenprozenten stehen. Was ich ja gelernt habe, ist, dass gerade bei den 12-Jährigen hatte der Glenmory so ein Mini-Chili-Catch oder etwas, was in die Richtung geht. Hat mich ein bisschen überrascht. Die Citrus-Brennereinoten waren relativ frech und frisch und gingen für mich ja schon ein bisschen über Citrus hinaus. Mehr so Richtung Stachelbeere und Co. Hier 18 Jahre First Fill. Da sollte viel Vanille kommen. Und die amerikanische Eiche mit 18 Jahren, ich stelle sie mir ordentlich vor. Aber eben in einem dezenten Rahmen im Vergleich zu europäischer Eiche. Ihr könnt mir, denke ich, mal folgen. Sonst, ich kenne den nicht. Muss ich jetzt so sagen. Ich blende euch mal die Farbe ein. Ich habe mich heute dafür entschieden, denn ich habe so widersprüchliche Angaben gefunden. Oder im Prinzip habe ich nicht viel gefunden. Nur, dass einige Shops ihn als gefärbt markieren. Aber selbst die Whisky-Bays, auf jeden Fall bei den Abfüllungen, die ich jetzt mit 18 Jahren gefunden habe. Praktisch, die haben ja, man findet ja oft nicht nur eine, sondern mehrere Versionen. Da stand jetzt nichts von gefärbt dabei. Ich finde, die Farbe sieht auch gesund aus. Wenn ich weiß, Firstville und 18 Jahre, ja, also wirklich nachgefärbt oder totgefärbt haben sie da nichts. Daneben seht ihr den 21-Jährigen. Das wird so mein krönender Abschluss sein. Den trinke ich in ein paar Stunden. Ja, bei dem sieht man auch in erster Linie die Port-Farbe, finde ich, aber jetzt nicht gerade Zuckerkouleur. Und beim Port-Finish soll es kein Problem sein, da Farbe reinzukriegen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Kommen wir später zu. Ja, ich lege einfach mal los, ne? So. Die Brennerei ist ja sehr unspektakulär, taucht nirgendwo jetzt großartig auf. Also in dem Sinne so ein kleines Kontrastprogramm für mich jetzt so gegen die... Also was heißt gegen? Aber einfach ergänzend zu den ganzen vielen Halb-Whiskys, ne? Flasche. Oh, da muss ich auch noch ran. Flasche kostet... Ich habe da zwar meine Karte liegen, aber ich brauche sie eigentlich gar nicht. Ab 68 Euro habe ich ihn jetzt gefunden. Ende, das stimmt ja gar nicht so, Mitte Februar 2023. Ich habe zwar jetzt erst eine Nase genommen, aber so auf den zweiten Blick merkt man einfach, was 18 Jahre mit Ex-Burban machen. Wenn da eine schöne amerikanische Eiche aktiv werden kann. Vanille, wie ich es prognostiziert habe, ist jetzt auch nicht wirklich schwer gewesen. Leicht süßlich. Und dann setzt so etwas ein. Ich habe da gern so Assoziationen, so Richtung... Ja, Bleistiftanspitzer, ne? Wenn man dieses Holz riecht... Ich weiß nicht, wo diese Noten herkommen. Es ist jetzt kein Rauch, ne? Versteht das jetzt nicht falsch. Falls ich irgendwas in der Richtung gleich doch noch loslasse. Es ist irgendwie... Wie dann eben beim Bleistiftanspitzer, dass ich nicht nur das Holz abschäle, sondern eben auch ein Teil von der Miene. Dazu habe ich wirklich hier, wie bei manchem Sherry-lastigen Whisky, so eine leicht säuerliche Note drin, die ich aber auf die Brennereifruchtnote schiebe, die sich jetzt eben weiterentwickelt hat. Oder meistens zieht sie sich ja eher zurück. Mit der schweren Vanille und dem süßen Eindruck, der sehr wahrscheinlich auch aus den First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern kommt. Ja, was wird daraus? Wenn ich jetzt einfach Stachelbeere sage, passt das nicht. Es ist so ein bisschen voller. Es ist so eine Mischung aus Orange, aus einer malzigen Note. Ich weiß, das ist kein Fruchtaroma, aber... Das geht wirklich so ineinander über, diese Brennereifruchtnote, in so einen Restmalz. Also überhaupt nichts Frisches. Und die Frucht Diffuse... Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon Orange genannt. Und dann so leicht ein bisschen Preißelbeere. Dann geht es in meinen Bleistiftanspitzer rein. Ja, und dann geht er weg. Also das ist wirklich Expertenreifung. First-Fill, ja, diese Vanille ist stark. Möchte ich jetzt nicht so irgendwie sagen, ja, das ist zu wenig oder das ist... Also zu viel ist es auf jeden Fall nicht. Aber der ist einfach aufgebaut. Da ist jetzt nichts Kompliziertes dran. Die 47,2 Volumenprozente habe ich jetzt nicht negativ gespürt. Ehrlich gesagt habe ich... Also er kommt rüber wie ein 46-volumenprozentiger Malt. Sagen wir es einfach mal so. Hier sticht nichts in der Nase. Er ist angenehm, muss ich so sagen. Da ist wieder mein... Mein Mini-Chili-Catch. Sehr interessant, dass er bei den Ex-Bourbon-Fass-Reifungen stärker durchkommt wie beim 15-Jährigen. So empfinde ich es auf jeden Fall. Ich meine, da hatte ich es auch minimal. Hier ist es, finde ich, auch ein bisschen abgeflacht gegenüber dem 12er. Er ist, wenn man eben darauf achtet, sehr auf der amerikanischen Holzseite. Also dafür muss ich sagen, eben First Fill, 18 Jahre. Und das ist schon zum Teil ein Hauch von Bitterkeit. Immer auf der zarten Seite bei Ex-Bourbon-Fässern. Aber es ist so ein Hauch von Trockenheit zu spüren, obwohl ich das eher von Sherry-Fässern kenne. Es ist so leicht sommerlich muffig warm wie in einer Scheune, wo eben auch viel Holz verbaut ist. Solche Assoziationen nenne ich da ja gerne. Bei manch anderen Glenmory hatte ich auch stärker Heidekraut. Hier habe ich so einen leichten Stroheindruck, der mit dieser trock- oder mit dieser sommerlichen, leicht stickigen Note so übereingeht. Ob das der Rest der Malzigkeit ist oder die Weiterführung der Malzigkeit nach 18 Jahren? Längst nicht mehr so frisch und frech wie der Zwölfer. Die Vanille. Also der ist eher vanillig, als dass er karamellig wird, muss ich sagen. Die Schärfe, das Holz, die Trockenheit, die Strohigkeit. Nochmal ein bisschen Schärfe. Aber nichts Wildes, also nicht wie jetzt irgendwie so ein zu jung geratener Mold. Ganz leicht cremig dabei. Aber es ist eben weniger Karamell, wo ich das dann bei manch anderen Experten-Fass-Reifungen, wenn dann doch so ein stärkeres Karamell kommt, besser nachvollziehen kann. Ich nehme mal eben den Zwölfer, weil dann habe ich nochmal direkt diesen Unterschied. Der hat jetzt auch nur 40 Volumenprozente, der kommt da jetzt natürlich nicht gegen an. Wenn ich ihn probiere, möchte ich ihn wohl einmal. Oh ja, hier habe ich wieder diese freche, frische, überspitzte Zitrusnote. Wie gesagt, die für mich schon eher so Richtung Stachelbeere, Johannesbeere, nicht ganz. Da fehlt einfach diese, ich nenne es jetzt einfach so plakativ, dieser Rotstich der Früche. Das fehlt so ein bisschen. Da habe ich hier ja, ich weiß nicht, wie ich es damals im Video sagte, eher fast tropische Eindrücke. Dass das eher Richtung... Mensch, ist der frisch. Also, ich hatte es gerade ein paar Mal so, lag es mir auf der Zunge zu sagen, er kommt mir jünger vor als 18 Jahre. Aber wenn ich hier merke beim Glenn Moray, dass ein Zwölfjähriger auch so frech und frisch ausfällt, er kommt mir auch jünger vor als ein Zwölfjähriger, was nicht negativ gemeint ist. Aber die Fruchtnote ist im Vergleich schon der Hammer. Die gefällt mir beim Zwölfer echt schöner, muss ich so hart sagen. Viel weniger Vanille auf jeden Fall. So eine frische, teigige Malzigkeit. Wie gesagt, da kann ich mir echt vorstellen, was ich eben genannt habe, da die Fortführung davon, hier beim 18er zu merken. Es wäre schön, wenn sie einen 14er oder einen 16er nochmal mit Ex-Bourbon hätten. Wie gesagt, beim 15er dominiert das Wetting aus Ex-Bourbon und Sherry. Nicht das Sherry-Fass, nicht falsch verstehen. Aber das Sherry-Fass legt den 15-Jährigen ganz anders aus. Ja, jung, spritzig. Also diese Fruchtigkeit gefällt mir. Also wer jetzt so ein Klischee-Space-Sider sucht, finde ich, der übertreibt es fast schon ein bisschen. Aber er geht da gut in die Richtung. Was ich mal mache, ist beim 18-Jährigen mal einen Tropfen rein tun, um den so ein bisschen zu kitzeln. Bei 47,2 sollte das wohl erlaubt sein. Ich spüle jetzt auch nicht. Also sehr einfacher Aufbau. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele fast schon enttäuschend ist. Ich denke, der richtet sich eher an Glenmory-Genießer, die eben den 12er gern trinken. Und dann, wie gesagt, der Sprung ist so weit. Beim 15er darf man eigentlich nicht halb machen. Den finde ich auch ganz nett. Die sind so langweilig positiv, um es mal so zu sagen. Der 18er, wenn man vom 15er kommt, ist der 18er wieder im reinen Ex-Bourbon. Also das ist schon ein riesiger Sprung. Oh, jetzt kommt doch ein bisschen Heide. Vielleicht auch, weil ich vom 12er zurück bin, ein bisschen Heide mit so einer leichten Honignote. Er hat eine gewisse Süße, nicht übertrieben. Aber die habe ich jetzt gerade. Oh, er wird würziger. Diese Schärfe geht in eine würzige Eiche über. Ein paar Tropfen tun ihn ja richtig gut. Er verliert etwas diese trockene, staubige, wärmende Luftnote, die ich eben, wie gesagt, aus alter Scheune und so zusammengesponnen habe. Bleibt einfach, aber einfach aufgebaut. Wer so etwas sucht, wird hier fündig. Ich sage es so knallhart wie bei vielen Malls. Für meine Hausbar brauche ich den jetzt nicht. Interessant aber zu sehen, wie die Ex-Bourbon-Fass-Reifung vom 12er weitergeht. Und für mich spannend, gleich probiere ich ja den 21er, der 19 Jahre, oder auch 18, 19 Jahre in Ex-Bourbon lag. Denn das Finish dauerte über zwei Jahre, so geben Sie es an. Also habe ich praktisch beim Portwood-Finish, sehr wahrscheinlich keine komplette First-Fall-Ex-Bourbon-Fass-Reifung, aber auch die als Grundlage. Da weiß ich jetzt, was zurückbleiben kann. Und wie das Portwood-Finish jetzt da drauf gesetzt wurde, das finde ich gleich spannend. Ihn hier werde ich vielleicht mal rausziehen. Ich habe da hinten auch die, gute Frage, wie heißen sie denn? Die Nockendu-Abfüllungen. Und dann vielleicht mal beim 18er oder 21er. Ja, beim 18er, die Nockendu-Abfüllung hat ja einen Sherry-Fassanteil und hier habe ich Rheinex-Bourbon. Das mal zu vergleichen, das könnte spannend sein. Mit 68 Euro, man muss es so halt sagen, gehört er immer noch zu der Kategorie eher günstiger. Aber vom Blickwinkel des normalen Whisky-Konsumenten ist dann 68 Euro schon eine Schlagzahl. Und ich persönlich finde da immer noch zwei, drei Abfüllungen, auch wenn sie einige Jahre jünger sind, die ich mir dann eher kaufen würde. Muss ich so sagen. Gut, ich freue mich auf nur einen 20-Jährigen. Also, in diesem Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.